hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei sticks und der schrubbelt immer noch da an sich rum ich weiß nicht was er da macht kleines herrchen ich werde mal hier an vorbeigehen pushen irgendein fährt leider ich möchte es gar nicht wissen was er da macht das war ja da oben da brauchte ich auch wieder nichts mehr das war aber knapp so ich würde mal hier runter und hier war ich auch schon drin hier war ich auch schon drin hier war ja das ding hier kann ich ja nicht nehmen hier war noch so ein splitter genau angeblich sollte ich mich mal hier umsehen war das bestimmtes bringen sollte hallo ich häng fest ich bin nicht also keine ahnung ich finde hier nichts mehr dann würde ich sagen ich gehe zum balkon ich müsste das da hinten zwar noch öffnen aber ich habe keine ahnung wie da öffnet nebenziele schriftplatte und öffne gold das lagerraum gold das lagerraum ist da hinten ja mein freund wenn du so dumm bist und dich nicht festhält entschuldige bitte ja wie kommen wir denn da hin mal überblick verschaffen da ist da bestimmt irgendwie so ein durchgang da hinten ist ein durchgang von da aus kommt man da hin aber wie kommt man denn da hin also das müssen wir echt noch mal sagen ja 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 ich habe absolut kein blasen hallo ich habe keine ahnung ich glaube auch nicht dass ich hier rum springen kann das war ja nur ein test aber okay ich habe keine ahnung wie ich darüber kommen soll ich kann auch nichts sehen was ich was mich dazu bewegen könnte darüber zu bewegen wie gesagt da hinten durch so einem tor seit wann kommt die bis hier vorne ja 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 Ich will ein Prozent auf deiner besten Goblin-Death-Kompilation. So, Sticks. Zau mal rin. Geh mal rein. Warte mal, hier geht's runter. Neul, das wollte ich eigentlich nicht. What the? Hmm. Hmm. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich war da oben noch nicht. Was macht die denn da? Bietet, Schwestern, bietet. Aber hier war ich wohl schon. Also hier war ich auf jeden Fall schon mal. Ah, hier war ich schon. Da müsste ich ja dann eigentlich auch schon gewesen sein. Hm. 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 Verdammt! Tja, die Alarmglocke tat weh. Dahinten ist das mit den Goldtarts. Wie komme ich da rüber? Kann ich von hier aus auch nichts sehen. Von da hinten aus würde ich da rüber kommen. Aber das ist ja eigentlich vom Balkon. Da muss ich eigentlich schon den Balkon erreichen. Aber von hier aus geht es nicht. Genauso wie von der anderen Seite auch nicht. Ne, wisst ihr was? Ich gehe jetzt wieder zurück. Und von hier aus dann, äh, von da aus dann auf den Balkon. Und da dann schon mal weitermachen und... Tja. Dann sehen wir weiter. Habe ich da unten schon? Hey! Was war das denn? Warum ist der da runtergesprungen? Ich habe nichts gedrückt. Oh, im Ernst jetzt, Mann. So, wo bin ich jetzt? Ja, 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 ist klar. Ja, klar, ne? Komm, komm mit uns. Komm mit uns. Komm mit uns. Komm mit uns. Okay. Nein, ne he, hallo! Foddy klar, ja. Nein. Hmm. Da kam ich auch nur hoch. Nö, ich muss zum Balkon. Hier komme ich nicht weiter. Kein Fall. Hier war ich ja schon überall. Und von hier aus komme ich aber auch nicht da rüber. Obwohl. Bosa. Ja, 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 ja. Du kannst dir irgendwo hinschieben, mein Freund. Hallo. Hallo. Was, springt der da? Da kommen wir so weit. Ja, ja, dein Skript ist mir egal. Ich springe einfach so, wie ich das für vorher schon gemacht habe und wo du auch hingesprungen bist, dann. Ich komme gleich da rein und halt hau dir in deine dämliche grüne Visage. Wenn du nicht das machst, was ich mal sage. Mensch. Hallo. Jetzt da oben, wo ist der eigentlich hin? Ich hatte doch vorhin hier was gesehen, dass man nach da rüber kam. Oder war das das da hinten? Scheint so. Super. Aber die ganzen Affentanz umsonst. Okay. Äh. Nii, da war nichts. So, dann gehe ich jetzt zum Balkon und gehe dann einfach rein, ist mir egal. Ah! Ich weiß, das war Glück. Aber auch ich darf mal Glück haben, ne? Ich weiß, das war nicht. Okay. 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 Das wär fast in die Rose gegangen. Man kommt nur von der linken Seite aus dahin. Das sieht man jetzt von hier. Man kommt nur von der linken Seite aus dahin. Da wo jetzt der Kopf vom Sticks ist. Da sieht man nämlich den zum rüber hüpfen. Von daher geht es wohl nicht anders. Hier war ich schon überall. Da hab ich schon alles gefunden hier. Wie schön leise der jetzt landet. Ja. 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 Sie werden aber nur diese Möglichkeit in deinem Leben in deinem Leben verletzen. The victor will gain his place within the Great Cycle and receive the greatest reward and the greatest honor. Be honored. Be honored. They worship some strange woman, live underground and eat shit. Ooh, where do I sign up? Well, I guess that's what you get from too much inbreeding. That's right, boys. Fight it out between yourselves. Almost there. Shit. Now what? The time to honor our hero has come. But first the vanquished must make his offering. That's gonna leave a mark. Lakima! What the? Uh-oh. Get the hell away from me. He has entered the Pantheon of Heroes and is part of the Great Whole. The cycle is unceasing and his soul has now become immortal. Is there a problem, your holiness? No. Not for the moment. Let's see where we can moor the big gals airship. So, da bin ich. Da hinten steht öffnen. Hm. Habe ich? Alles voll. hier war es nicht muss aber darüber na gut dann würde ich mal hier sagen wir haben schönen schlapsschluss gefunden gehabt und wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder ich werde dass wir hier hoch hüpfen und mich hier somit in sicherheit begehen so und mit diesem ausblick wünsche ich euch noch einen schönen angenehmen tag und wir sehen uns bei der nächsten folge wieder bis dahin euer wubra ciao ciao